Wie war das von unten? Schön von uns. Was passiert wenigstens? Guck mal. Mach mal langsam, damit auch gut. Noch ein bisschen mehr. Nein, da geht es nicht. Das ist kein Heißwachs. Nein, das muss gleich aussehen. Aure ich wirklich. Aure, Aure. Schön, schön, schön. Wenn du heimhangst. Ich hab schon, aber heimlich. Soll ich dir meinen Kontaktladen geben? Ich bin Scheidungsanwalt. Ey, wenn du so Freunde hast, dann traust du keinen Scheidungsanwalt.